guten morgen gute nacht wann auch immer du dieses video schaust holy jesus itemlevel increase den rüstwert erhöhen jetzt beispielsweise ich habe jetzt 539 rüstwert euer maximum euer momentanes maximum bevor irgendein addon dlc oder sonstige erweiterung raus ist itemlevel also rüstwert 600 wundert euch nicht über den ganzen müll den ich im inventar habe ich habe gerade juwelenschleiferei hochgeschmiedet mit den edelsteinen die ich zwischen so ein paar farmruns gesammelt habe aber ihr fragt euch sicherlich so wie komme ich auf einen höheren rüstwert als den den ich aktuell habe das eine ist jetzt beispielsweise legendäre waffen also aus der legendary festreihe die zu meinem trigger immer noch episch sind obwohl in der beschreibung steht dass sie legendär sind die questreihen okay also es gibt beispielsweise einerseits gibt es die 580er waffen ja das händler equip das kommandanten set von fraktionshändler ist auf 520 beziehungsweise das konstitution set ist auch 535 und dann kommen wir hier beispielsweise schon zu so drops wie jetzt meine 560er schuhe oder 524 handschuhe wie kommt man an diese 560er schuhe und 524 handschuhe es ist nicht so dass ihr level 60 hittet und sofort alle level 60 items irgendwo zwischen rüstwert 500 und 600 droppen so ist es leider nicht es ist so dass ihr euch den rüstwert hochfarmen müsst vor 56 tagen gab es einen screenshot auf reddit der gelandet ist der mich an ein interview aus der alpha von new world erinnert hat und dann fiel mir auf dieses interview war so true die haben halt nicht mal das loot system seit der alpha geändert dass das loot system ist seit der alpha eins zu eins gleich wenn man max level erreicht und dementsprechend ist es sehr einfach zu erklären wie es funktioniert dass ein höherer rüstwert für dich droppt nehmen wir jetzt mal als beispiel nur als beispiel damit man das viel besser nachvollziehen kann wir haben hier eine tiefe schlucht haben wir hier einen boss wird aber hier ja ich glaube der war tatsächlich hier ich glaube der heißt mordreff hier so ein boss da ist dann so eine original commander und die kann man abbauen darunter spawnt dann noch eine ranke die heißen wie alcatraz die würgerin oder sowas ja aber mordreff droppt einen legendären ring beziehungsweise er droppt jede menge legendäre ringe aber wenn ihr frisch level 60 erreicht und ihr denkt euch okay hier war ich mal unterwegs weil hier war ich mal farmen kommen wir klatschen den um und ihr seid alle ganz frisch level 60 wenn ihr mit 100 leuten dahin geht als beispiel ja und ihr klatscht mit 100 leuten um dann wird dieser ring bei 95 leuten auf item level 500 sein obwohl 600 das maximum ist bei einigen wird er 501 502 503 504 und 505 sein das liegt daran dass ihr auf level 60 mit dem brüst wert 500 startet ja egal welchen rüstwert ihr auf level 59 erfarmt habt irgendwo mal oder gecraftet oder aus einer quest bekommen habt die drop items fangen bei 500 rüstwert an das bedeutet der legendäre ring hier würde sich beispielsweise frisch nach level 60 gar nicht lohnen außer natürlich als kleine starthilfe aber es lohnt sich trotz es lohnt sich einfach nicht so von der effizienz her lohnt es sich nicht ihr habt das ungefähr ihr dürft euch das so vorstellen wer destiny gespielt hat den kommt das ungefähr bekannt vor aber nur ungefähr es ist quasi die hardcore version vom destiny loot system wir droppen jetzt kopf bedeckungen ja dann droppen wir fünf kopf bedeckungen nacheinander bei einem level 61 geht er erste kopf bedeckung ist 502 dann ist sie 505 dann ist sie 502 dann ist sie 507 dann ist sie 510 dann ist sie 501 und so weiter wenn ihr ein item gedroppt bekommt dann zählt es nur für diesen slot mit eurem unsichtbaren gekennzeichneten rüstwert dürfte es so verstehen wenn jetzt beispielsweise ich diese amulette hier gar nicht gecraftet hätte die haben übrigens alle irgendwie ernte glück und bergbauglück und sowas drauf holzfäller glück bergbauglück erntearbeiter deswegen habe ich den müll hier noch rumliegen aber sagen wir mal die werden mir alle gedroppt ja die hätte ich gar nicht erst gecraftet und ich hätte hier eins zwei drei vier fünf items nacheinander gehabt wo mein rüstwert nicht höher ist als das maximum was mir bisher jemals gedroppt ist dann ist meine chance für das sechste item in diesem slot extrem erhöht dass mein rüstwert höher ist als das was ich jemals bekommen habe aka das erste mal beispielsweise droppt mir ein amulett und ich habe eine zehn prozent chance davon dass der rüstwert höher ist als 500 mein allererstes amulett auf item level 500 ja dann das erste droppt mir und ich habe sofort eine chance von zehn prozent dass es 505 ist zum beispiel okay es droppt nicht es ist 500 dann droppt mir das zweite ich habe jetzt keine chance mehr von zehn prozent dass dieses item besser wird da mir schon eins gedroppt ist was nicht besser geworden ist sondern ich habe eine chance von 30 prozent dass dieses item besser wird es ist trotzdem nicht besser geworden okay mir droppt das dritte amulett ich habe eine chance von 70 prozent dass dieses item jetzt einen höheren rüstwert hat als das maximale was ich für diesen slot bekommen habe versteht ihr was ich meine es ist ein anti-pech-system na gut kann man das sagen also selbst der allergrößte pechvogel der jemals irgendwo existiert hat wird mit 100 prozentiger garantie rüstwert 600 erreichen weil ihr eine immer höhere chance habt auf diesen item slot dass ihr einen upgrade bekommt okay es dauert trotzdem länger für den pechvogel als für den für fünf glücksberg aber das gleiche spiel wie mit nur köpfe und nur amulette gilt leider auch für waffen beispielsweise meine lebensstäbe warte warte meine video die von gestern nehmen wir einfach mal die hier wenn ich jetzt gucke das war jetzt ein kurzer farmrun ja ein ganz kurzer farmrun und hier gucken wir ich habe sperre jetzt gerade so 508 510 droppen und in dem bereich ja dann habe ich ein leben lebensstäbe die droppen mir das ist jetzt nicht der höchste den ich jemals hatte aber lebensstäbe droppen mir bis 535 feuerstäbe droppen mir bis 538 weil ich für ein und 533 habe ja es ist immer höchstes item level höchster rüstwert und ihr habt dann die chance ein upgrade plus fünf oder niedriger zu bekommen ihr könnt auch in 1er schritten auf von 500 auf 600 klettern aber ihr könnt das ganze auch in fünfer schritten machen das ist glücksabhängig und wenn wir jetzt aber helmen gucken also bei meiner kleidung ich habe ich immer das höchste behalten vom vorherigen run bei helmen bin ich bei 549 gewesen gestern abend und weil ja im oberkörper hier war ich nur bei 525 schuhe bei 530 hose aber auch von 45 das ist nur so ein kleines beispiel das sind nach einem kleinen farmrun und es ist egal ob die items grün sind blau lila oder legendary ist der rüstwert höher zählt es für den gesamten slot ja also für ganz kopf ganz brust ganz hände ganz hose oder halt ganz schuhe je nachdem was für euch so hoch droppt und wenn wir jetzt meine lieblingsstelle hier angucken zum farm dann haben wir eine ganz entspannte sache und zwar kannst du hier richtig gut aoe farm du hast vier minibosse die alle sehr nah zusammen stehen ich zeige euch den spot gleich auch auf der karte das ist wirklich nice also hier droppt zwar extrem viel grüner mist extrem viel grüner mist aber umso mehr items droppen desto höher ist eure chance dass euer itemlevel höher wird und sagen wir mal euer itemlevel ist auf 550 hoch nur durch grünen müll dann könnt ihr doch anfangen legendaries zu farmen oder sonst was so das hier guck mal das ist das ist insane was hier droppt ich habe 106 kilogramm an kleidung und ich kann jetzt nicht zurückgehen leider aber ihr seht ich habe extrem viel hier immer an upgrades bekommen ich habe mich gut hochgearbeitet was die drops angeht euer mindest itemlevel allerdings wird immer bei 500 liegen ihr könntet also trotzdem pech haben und ein itemlevel 500 bekommen auch wenn ihr schon 600er drops bekommen könnt ihr trotzdem noch ein 500er item bekommen ja mir wurde gestern im stream hat gesagt von wegen so ja nee das stimmt nicht und witzigerweise habe ich dürfte eigentlich auch einen clip von geben ich suchte mal raus wenn ich ihn finde spiele ich ihn hier ein kam halt so von wegen ja nee youtuber xyz hat gesagt das geht nicht dein mindest itemlevel erhöht sich auch und genau in der sekunde habe ich ein 501er helm bekommen obwohl ich bei helmen schon bei 549 war also wie gesagt klingt jetzt doof weil es in dem video ist aber glaubt nicht jede shit der in dem video vorkommt testet es selbst meint ihr warum ich das nicht instant jetzt hochgeladen habe das video sondern erstmal alles testen wollte ja mein farmspot den ich jetzt hier benutzt habe war einerseits im brackwasser die elite ja hier habt ihr einen der droppen itemlevel 600 schwert das zählt aber nicht zu eurem gedroppten itemlevel dazu dann habt ihr hier einen boss der droppt glaube ich einen ring mit stärke dann habt ihr hier einen boss der droppt eigentlich alles und hier auf dem tor steht ein typ drauf der ist ein bisschen buggy der hat nämlich eine extrem erhöhte drop chance für alle items an dem habe ich beispielsweise das volle kirschner und holzfäller set gefarmt also ihr habt hier unten vier bosse sozusagen so dann hier oben der farmspot habe ich mal gesehen wird empfohlen in einem video kann ich euch persönlich absolut gar nicht empfehlen ich finde den spot sowas von scheiße er ist so anstrengend er hat so wenig gegner und die gegner hier haben eine so kleine drop chance dass es sich überhaupt nicht lohnt überhaupt diesen weg hier zu laufen lohnt sich nicht ewiger war ja streicht das ding einfach wenn ihr ordentlich aoi farmen wollt mit einer größeren gruppe dann geht noch dies daheim ja nehmt ihr den westlichen eingang klärt hier nördlich lang und ja macht ganz entspannt also hier droppen viel mehr items und hier droppen auch einzigartigere items sag ich euch direkt so wie es ist kämpft euch durch düsterheim habt jede menge kisten auch noch handwerksmaterial etc ähm und die ganzen boss drops die eure items euer itemlevel erhöhen und ihr habt jede menge elite truhen wichtiger standpunkt noch elite truhen ich meine jetzt nicht die truhen die ihr im inventar öffnen könnt sondern wirkliche elite truhen ja elite vorrats truhe elite container etc die ihr nach boss kills hinter dem boss stehen habt die erhöhen ebenfalls mit einem sehr hohen mit einer sehr hohen chance euer maximales item level genauso wie mini boss und named mob skills erhöhen ebenfalls mit einer sehr erhöhten chance euer item level deutlich höhere chance als von normalen trash mobs also lohnt es sich immer die bosse und die kisten mitzunehmen aka looted wie verrückt jetzt bevor die frage aufkommt die safe aufkommen wird weil ich das leider erst am ende des videos erwähnt habe weil es weil ich seit die ganze zeit nur was droppen gesprochen habe also solltet ihr euch ein 600er item aus dem markt kaufen zählt es nicht zu eurem rüstwert solltet ihr euch ein 600er item craften zählt es nicht zu eurem rüstwert solltet ihr ein 600er item aus einer kiste im inventar bekommen zählt es nicht zu eurem rüstwert es zählen nur items die auf den boden fallen von mobs oder aus elite vorrats kisten die items die auf dem boden fallen von mobs die müsst ihr nicht mal aufheben ihr könnt die liegen lassen es zählt trotzdem dazu ihr könnt die sachen liegen lassen trust me 100% ich glaube das waren rapiere da habe ich das ausprobiert die habe ich ziemlich lange liegen lassen auf dem boden und irgendwann habe ich angefangen die zu looten und die haben direkt bei 5 20 angefangen vom max wert her ich habe die einfach liegen lassen ich habe immer vorher geguckt sieht das symbol aus wie ein rapier ja ok liegen lassen es geht ihr könnt die items liegen lassen das heißt wenn loot irgendwo liegt wo ihr mal nicht dran kommen solltet ärgert euch nicht es zählt zu eurem max item level dazu wenn das ding höher war als das was ihr jemals hattet also entspannt habe ich jetzt alles gecovert yes ich glaube schon bin mir ziemlich sicher also wie gesagt gecraftetes zählt nicht quest items zählen nicht kauftes zählt nicht ertradetes zählt nicht nur das was für euch selbst droppt alles andere bringt euch gar nichts fürs item level das erklärt übrigens auch wieso ich beispielsweise noch habe ich die entry keys noch hier ne habe ich mittlerweile woanders das ist aber auch der grund wieso ich noch nicht in den dungeons drin war war noch nicht im garten des ursprungs und ich war hier unten noch nicht in lazarus weil die items sind mit 500 bis 600 angegeben und ich möchte meine gratis schlüssel nicht für item level 500 verschwenden ich gehe da rein wenn mir sachen 560 570 580 droppen dann habe ich auch direkt gutes gear wenn da was droppen sollte wenn nichts droppt trotzdem pech gehabt aber dann bin ich wenigstens vorbereitet gewesen also seid selbst auch vorbereitet kümmert euch um euer item level bevor ihr sachen farmt wie zum beispiel den besten legendären ring absolutes besten slot item für eure spielweise für euren chart eure skillung ja nur als beispiel farm vorher euer item level hoch dann farmt euch eure traum items auf 60 wenn es sich erfarmen lässt könnt ihr euer komplettes traum gear einfach nur herstellen dann braucht ihr ja nicht unbedingt das item level hochfarmen ihr stellt die sachen einfach her fertig ganz entspannte sache ok ansonsten bei weiteren fragen einfach in die kommentare rein oder auf twitch vorbeigucken weil ich fast durchgehend live bin von 200 stunden spielzeit jetzt war ich 180 stunden live also 20 stunden chillen ist ok in dem sinne hau da rein so 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 so